Übung macht den Meister. Praxisnah lernen die Auszubildenden ihren Beruf. Zum Beispiel hier die Zerspanungsmechaniker und die Industriemechaniker. Auch Mechatroniker werden bei der Jopp GmbH in Bad Neustadt ausgebildet, sowie Informatiker und Industriekaufleute. Was allerdings dann noch sehr wichtig ist im Bereich hier bei uns, sind eben elektronische Berufe, Elektroniker, Mechatroniker, weil wir in Zukunft sehr viel stärkeren Elektronikanteil auch erwarten. Das erste Lehrjahr verbringen die Azubis komplett in der Ausbildungswerkstatt. Dann geht es in die Fachbereiche. Wir legen natürlich Wert auf den Schulabschluss, aber wir nehmen auch natürlich die Auszubildenden von der Mittelschule. Einen qualifizierenden Hauptschulabschluss wäre von Vorteil. Man sollte natürlich die Freude an naturwissenschaftlichen Berufen haben und das technische Verständnis haben und die Freude an der Mathematik und das Arbeiten mit Metallen allgemein. Mit einer Ausbildungsquote von 7% liegt das Unternehmen in Bad Neustadt weit über dem bundesweiten Durchschnitt. 42 Auszubildende werden zum 1. September im Unternehmen in Bad Neustadt arbeiten, zusätzlich 11 Verbundstudenten, die ein sogenanntes duales Studium absolvieren. wird das Stalin보다 größer fehlen. 3ah 25 28 19 Vielen Dank.